Ich kann mich nicht auf den Schalter stellen, so gern ich dies auch getan hätte. Aber ich weiß nicht jetzt, da ist ein gelber Schalter, also schaut mal auf die gelbe Waffe. Ja, ne, das hat so nicht funktioniert. Warte, dass das Ding da wieder rauskommt. So, war hier irgendwo noch zwischendurch den Schalter? Vermutlich, aber ich hab ihn nicht gesehen. Ach du Krater, wo sind wir denn jetzt? Setzen wir den Steilschuss gegen ihn ein. Ach du Krater? Ach du Krater? Oh, der ist nicht so gut. Ah, der ist nicht so gut. Das ist doch fast. Da. Komm schon, komm schon. 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 Natürlich. Jetzt ist es. Ich hab da ein Schild mit aufzudauen. Feuer danken! Noch Angriff! Feuer! Feuer! Yo, schießtanken! Ehh! Ja du, was ist denn mit dem? Du steckst ja da oben in der Tresen, das? Ja, ich kann dir ausschalten. Du merkst, dass die Marker auf dem Sitzel aber trotzdem noch gekommen ist. Verbrennen! Aufschweiß! 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 Feuer, danke! Ich kann mal erraten, dass diese Fähre haben, wenn ich bin! Angriff, danke. Feuer frei! Da drüben! Da drüben! No! No! So, ich glaube, wir haben ihn endlich besiegt. So, Zeitbonus kriegen wir nicht. Den gelben Schlüssel haben wir. Und wir haben leider nicht alle Schalter umgelegt. Aber wir haben dieses Verlies geschafft. Daumen drücken. Ein 1, äh, nee, ein FÖ1-AOK schwelender Goldkopf. Mhm, ich glaube, es gibt ein bisschen was zu modifizieren, wenn wir dann später wieder in unserem Trawler sind. Ah, die Luftdienstbeschäftigung. Vielleicht zu befeuern, da muss ich erst mal kaputt machen. Auf mit dir! Ein Tank-AOK-Flügelhornkopf fliegen. Raus hier! Spenden und Zauberwelt. Ja. Spenden und Zauberwelt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und Überraschung! Ja, was sitzt du denn da in der Kiste? Das ist aber kein geeigneter Ort für dich. Ja! Ich steck beinahe an den Totkirchen. Das ist völlig geistlos. Komm, Duncan! Oh, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, ja. Das ist ein Euriter. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Mal sehen, was wir da haben. So, wir zeigen dir jetzt die Zielkoordinate dahin. So, da komm ich jetzt hier rein, hoppala. So, da müssen wir kurz nachdenken, achso, das war der Dungeon, der zu schwer für uns war und davor waren die Gegner, die noch viel schwerer zu besiegen waren. Ich glaube, wir müssen aus der Höhenersee erstmal wieder raus und uns erstmal wieder in der normalen Wüste irgendwo umgucken. Was haben wir hier oben eigentlich? Das hat mir alles noch gar nicht so genau angeguckt. Memos, okay. AOK, aha, aha. Der berühmte Kernbord-Erfinder, heißt AOK. Der hat 200 Jahre zuvor mal eine Krankenkasse geleitet. Ja, das haben wir uns alles schon mal angehört. Hoppala, das war falsch. Bestiarium. Kernbord, ja, da haben wir jetzt so einige kennengelernt. Die Zellenbordis, hehe. Okay, die Sprenger. Die haben wir kennengelernt, ja. Na gut. Ja, die Schweber. Ich nenne sie Mücken. Panzergeschütze ist auch scheiße. Das ist die Schildkröte. Ich entschuldige mich für das böse Wort mit S. Also Schildkröte. Was haben wir hier sonst noch? Jules Notizen, okay. Ja, okay. Das sind die ganzen Steueranweisungen. Wie gesagt, da wird mir alles nie angesehen, aber... Gut, das bekam man auch irgendwie im Spielverlauf. Na gut, dann würde ich sagen, dann rennen wir einfach zu Violet zurück und skontieren mal in die normale Wüste von Neu Eden zurück. Obwohl nicht ganz so witzig ist. Hallo Violet. Bereit, Violet? Gebt uns doch mal eine Schnellreise. Und zwar möchte ich gern zurück nach Flugsand. Kurz vor das Labyrinth. Ja, Aoka. Ja, Aoka. So, aber bevor ich weiterspiele, werde ich mir erst mal kurz was Neues vereist ist zu trinken wollen. Einen Augenblick. Klammelnkind befällt dein Foto. Was ist? Klammelnkind befällt dein Foto. Aha. Du hast Klammeln. Das ist die Mutter von meinem Gutschwester. Kurz und schmerzlos, da brauchte ich nicht mal ein Pausenbildschirm für. Jetzt noch fix eingießen und weiter geht's. So. Alle Bottis sind drin. Ähm, danke. Wir müssen dich aber in deine alte Hülle zurückstecken. Sonst kommen wir da nicht rein. Violet, ich muss weitermachen. Kerntausch. Danke. Kehre zurück in deine Hülle. So, Level 16 ist gefordert. 15 Prismakerne haben wir. Auf geht's. Auf geht's weiter zum Edentum. Und es geht hinein. Oh ja, dunkel kann ich mich noch daran erinnern. Also, ich würde schon sagen, ich konnte mich eben nicht bewegen. Das sieht alles unheimlich einladend aus. Das ist ohne gute Idee. Okay. Was? Da! Da ist der Ausgang! Aber wie sollen wir da hinkommen? Das ist viel zu hoch. Gehen wir weiter. Vielleicht gibt es hier ja irgendwo etwas, das uns hilft. Ich habe eine neue Waffe. Willst du sie mal sehen? Was ist das? Ja, zu, dann gehen wir. Abstand! Was ist das? Oww! Oww! Oh, das ist der Pennykamp. Das ist der Pennykamp. Oww! Oww! So, auch so ihn noch sofort extra gehen. Na, machen wir das dann. Okay, da kann sich dann... Duncan, hier drüben!